Ungelebtes Leben und Glück Das war der Rat von Kapitän Ertugrul an mich und die Mannschaft Wir sagten, alles ist erst der Anfang Eigentlich ist es eine Frau, die du als Bahar kennst Sie hat mit einem von euch, Tarek Aslan, ein Drehbuch geschrieben Ihr richtiger Name ist Isabel Harris, sie ist von der CIA Im November Zwingen Sie uns nicht, die Luftwaffe einzusetzen Schnapp ihn dir jetzt, Junge Ein Messer? Ruft das Rettungsteam zusammen Wir bringen uns in Sicherheit In Ordnung, hört alle zu Der Plan ist so, wie wir ihn besprochen haben Und nur 500 Meter hinter dem Zielgebiet gibt es eine Ruine Du wirst dort stationiert sein, um uns zu beschützen Ich bin bereit Ich warte auf das Feuersignal Sir, ich bin in Position Es befinden sich zwei Personen im Zielgebiet Ich habe eine Verantwortung Ihnen gegenüber Ich stehe hinter Ihnen, nicht hinter mir Vielleicht brauchen Sie es im Diner Nach den Informationen, die wir erhalten haben Haben wir eine weitere und große Verantwortung Ich liebe dich, Ipek Ich verspreche dir, dass ich zurückkomme Das Labyrinth von Alt-Kahn Am 10. November 25, 2021 Nancy